hallo hier ist jörg von planet fahrrad ich zeige dir heute die wahoo system app ursprünglich entstand sie ja aus saverfest beziehungsweise wahoo hat die firma vor zwei oder drei jahren aufgekauft und die app sukzessive weiterentwickelt das ist der startbildschirm hier oben siehst du mein profil und dann interessant ist hier das athleten profil ja das sieht man jetzt hier was man für werte hat hier unten wird mir angezeigt dass ich ein zeitfahrer bin ja eine relativ guten ftp wert habe aber mein v2 max sehr niedrig ist und ich das durch trainings verbessern soll es diese werte sind durch den 4 dp test ermittelt worden siehst du jetzt auch hier in den kalender den hatte ich hier gemacht und diese werte die werden dann anschließend genutzt um die ganzen workouts anzupassen dann siehst du hier noch im kalender sozusagen in übersicht wie viel zeit ich pro woche trainiert habe ist ja auch noch aufgeschlüsselt in die verschiedenen bereiche aber es fehlt mir hier irgendwo schon ein bisschen die auswertung es gibt hier nicht so einen richtigen anzeigen wo du siehst ja wie hat sich meine leistung entwickelt da brauchst du einfach wirklich dann andere apps entweder bei strava oder training peaks hier oben kannst du jetzt auch einen plan hinzufügen beziehungsweise hier drüben ich werde jetzt hier einfach mal radfahren aus sagt ich möchte mich für ein event vorbereiten rennrad und dann kann man jetzt hier auswählen ja fünf bis sieben stunden und ob ich noch muskel workouts drin haben möchte sage ich mal nein yoga vielleicht nur beginner mentales training auch nicht und dann kann man jetzt hier das auswählen ja wann soll das jetzt hier starten so schaut das dann aus aber brauche ich jetzt nicht progress ist ein bisschen falsch ausgewählt hier siehst du nicht wie du dich entwickelt hast hier siehst du nur die achievements oder die abzeichen welche du gesammelt hast hier in der library zeige ich immer die verschiedenen workouts zu einem das cycling beziehungsweise du kannst hier unten auch direkt den channel auswählen aber gehen wir jetzt hier mal ins radfahren rein und hier oben filter ich mir das jetzt mal und habe jetzt hier wieder diesen 4 dp fokus ich habe jetzt hier die schwäche mit map und ac will ich das aus und sagt ok 35 bis 45 minuten habe ich jetzt zeit man könnte jetzt hier auch noch über die kategorien oder wenn ich jetzt sage ok ich habe jetzt lust auf summerfest workout dann sehe ich jetzt das sind die und so kann ich mir das jetzt filtern so mal jetzt hier alles noch mal zurück zeigt jetzt hier noch mal die einzelnen channels sauer fest die workouts sind darauf aus dich ans limit zu bringen ist immer so ein bisschen lustig gemacht die ganzen attacken sieht man immer aus originalen radrennen und dann die recovery oder die erholungsphasen da werden einen dann immer landschaftsbilder oder irgendwas anderes lustiges angezeigt ja die musik ist so ein bisschen geschmackssache manchmal nervt das schon ganz schön ja je nachdem was du da so magst gibt es hier noch gcn die sind ja auch ziemlich bekannt von youtube und die haben hier solche typischen spinning classes inspiration das ist eigentlich so dass netflix für radbegeisterte hier hat man so verschiedene filmer aus der ganzen welt sei es hier oben wie bei dogs live da siehst du dann wie ein paar jungs irgendwas extrem ist sich aussuchen ich glaube bei der einstrecke fahren die dann irgendeinen ski hank im winter runter mit mountainbikes oder irgendwelche dokumentationen über wie zum beispiel hier über afrika was da welche für herausforderungen mit dem rad haben radreisen profi rennen sind auch mit dabei und dokumentation darüber hier ist es zum beispiel den aller verlieb der einzige nachteil von dieser reihe ist wie du hier sie ist das ist alles auf recovery ausgelegt also du hast hier kein hartes workout also das ist eher dafür gedacht vielleicht so ein bisschen um sich vorher einzufahren oder nach einer harten session sich da noch ein bisschen zu entspannen das finde ich halt ein bisschen schade dass man hier nicht auch andere workouts drunter legen kann wahoo fitness das ist jetzt hier einfach ohne videos bei a week with begleitest du verschiedenen coaches bei dem einem fährst du hier im velotrom und dann in den hohe phasen nimmt er dich mit in seinen garten oder geht mit seinen hunden quasi und erzählte da verschiedene wichtige sachen wie man sich da besser erholen kann oder der andere zeigt die ja wo er immer sein lieblings soft eis kauft ist alles ganz lustig gemacht aber ich denke das schaut man sich einmal an und dann ist auch schluss damit richtig cool fand ich noch die pro rights da bist du direkt richtig im rennen geschehen und hast auch noch den tour funk mit dabei von deinem von dem jeweiligen teamleiter von location wie der name schon sagt geht es hier darum dass man verschiedene orte besucht die provence oder die französischen pyrenäen und da absolvierst du einfach auch wieder ein workout ist eigentlich ganz nett gemacht da zwischendurch der fahrer die ja auch ein bisschen was über die region erzählt museen oder irgendwelche bestimmten landschaften historische sachen kurz zeigt und mit einblendet das hat mir sehr gut gefallen das ist klar wie der name schon sagt hier gibt es kein video hier hast du nur das pure workout und der fitness test da gibt es zu einem den 4 dp den man jetzt nur als fortgeschrittener machen sollte oder wenn man das schon ein bisschen besser kann sich schon ein bisschen besser damit auskennt oder der half monty und danach weißt du dann ja was für eine leistungsklasse du hast ich zeigte jetzt mal wie das direkt aussieht mit den workouts und habe mir dafür die pro rights ausgewählt und was hier ganz cool ist man kann die workouts sich auch im vorfeld herunterladen also wenn du jetzt irgendwie da im keller keine internetverbindung hast ist das kein problem ich habe jetzt hier eins vom giro de italia das ist ein zeitfahren und da gehe ich jetzt mal schnell auf die rolle oben rechts kommst du über das zahnrad symbol zu einstellen interessant hierbei dass du die leistung gezielt für die einzelnen bereiche ändern kannst auch noch die musik und sound effekte ausstellen oder leiser machen kannst ebenfalls erfährst du noch ein bisschen hintergrundinformationen zum giro de italia vor dem workout bei den geräten musst du selber schauen ob der eaeg modus für dich der beste ist oder bei bestimmten workouts ist es manchmal angenehmer da einfach ein gewisses level einzustellen und dann manuell die gänge zu schalten achte auf den kilometer zähler bei mir funktioniert er manchmal der geschwindigkeitssensor nicht wirklich beziehungsweise die software hat das falsch irgendwie interpretiert da wäre ich da in einer stunde 200 kilometer gefahren vom vollbild kannst du auch in den fenstermodus wechseln und hier besonders interessant ist in der mitte das symbol was dann komplett das video ausblendet und sich da über andere fenster drüber legt also so kannst du einfach ganz komfortabel die einen youtube film anschauen oder irgendwelche anderen videos bei dem giro workout nämlich jetzt hier die rolle von attila falter an du kannst einzelne workouts einfach überspringen indem du die pause taste drückst und ganz unten dann dort das dreieck an klickst und nach vorne oder nach hinten schiebst jetzt geht es gleich los und ich bekomme hier immer die ansagen von per teamfunk hinein was ich eigentlich ganz cool finde im kalender kannst du hier noch einzelne aktivitäten die anzeigen lassen und siehst dann hier noch mal genau die details der trainingssession ganz wichtig wenn du das abo abschließen willst mach das nicht über die ios app weil da kostet es nämlich mehr das habe ich auf meinem ipad auch gesehen hier interessant sind noch die autorisierten apps kann man wenn man möchte strava oder garmin todays plan und training peaks verbinden bei wahoo system findest du also abwechslungsreiche und vielseitige rad videos man könnte schon fast sagen das ist das netflix für radfahrer die videos sind alle nur in englisch also perfekt wenn du da deine erkenntnisse etwas verbessern möchtest ich fand die yoga und muskel videos etwas langweilig da findet man bei youtube da auf jeden fall bessere und lustigere ja und sonst gibt es auch keine wirkliche richtige community also keine rennen und die auswertung ist auch ziemlich bescheiden da wäre es irgendwie schöner wenn man da mehr möglichkeiten hätte und so sieht wie man sich entwickelt hat in der beschreibung habe ich noch meinen artikel verlinkt wo ich noch viele andere apps getestet und ausprobiert habe schau einfach da gern rein und dann danke fürs reinschauen bis bald dein jörg ciao